Walking Club Die ersten 8 Schritte Ein Chassis nach rechts mit einem Rockback und dann das gleiche nach links Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite Den linken Fuß hinter den rechten setzen, das Gewicht wechseln und wieder zurück Jetzt setzen wir den Link nach links, den rechten ran, den linken Fuß nach links Jetzt kommt wieder ein Rockback mit rechts Den rechten Fuß hinter den linken, Gewicht wechseln und zurück Und diese 8 Schritte noch einmal 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir setzen die rechte Fußspitze vorn auf, Ferse runter Linke Fußspitze vorn aufsetzen, Ferse runter Den rechten Fuß vor den linken Dann machen wir eine halbe Linksdrehung und setzen den rechten Fuß neben den linken Und das Gewicht ist jetzt auf dem linken Fuß Und diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Schritt heim ist 8 Die nächsten 8 Schritte Jetzt kommen 4 Shuffle jeweils mit einer Vierteldrehung Zuerst ein Shuffle nach rechts Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite Jetzt machen wir eine Viertelrechtsdrehung, setzen den rechten Fuß ab Den linken Fuß an den rechten ran, den rechten Fuß zur Seite Jetzt machen wir wieder eine Vierteldrehung nach rechts Setzen den rechten Fuß ab, den linken ran und den rechten Fuß noch einmal zur Seite Jetzt folgt wieder eine Vierteldrehung nach rechts Den linken Fuß absetzen, den rechten ran und den linken Fuß zur Seite Und ich zeige diese Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 In diesem Tanz, weil wir die Shuffle ja im Viereck machen Tanzen wir immer um einen anderen Tanzpartner rum Jetzt kommen aber die letzten 8 Schritte Jetzt folgt ein Rock vorwärts mit rechts Den rechten Fuß nach vorn Das Gewicht wechseln, wieder zurück Jetzt machen wir eine Vierteldrehung rechts rum Setzen den rechten Fuß rechts auf Den linken Fuß an den rechten ran Und jetzt kommt noch ein Out in in Das heißt den rechten Fuß nach vorn Den linken Fuß nach vorn Den rechten Fuß zurück Und den linken Fuß zurück Und das Gewicht ist zum Schluss auf dem linken Fuß Und diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn 5, 4, 5, 6 und 8 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 und 7 Vielen Dank.